hallo meine freunde herzlichen willkommen zu einem neuen aminopening wir haben einen brief von mir ruck aus wie sich nehmen sie auf möchte keinen rauch da ist glaube ich einige rausgeteilt aus der seite wir nehmen einfach ein 1 karte da haben wir magister lach ich mit das irgendwas und spark bist du heute der Idolis-Holo einfach und ja eine Heldenkarte. Hackertries und bodenlose Beikurbel, genau. Ach du bist auch okay, wusste ich gar nicht. Also, wir werden das hier mal sortieren, weil ich habe mir von den OP-Karten, Heldenkarten und der Idolis-Holo geholt. So, Duell fährt durch die Dimension und Vulkanische Königin. Das ist eine gute Karte. Das war sozusagen der ersten Kaiju neben Lavakohle und Weihnachtsunterwäldler. Dann haben wir Wow bist du. Okay, hinter ist nichts. Dann Eisendrache Tiamaton haben wir hier noch. Ich hole die Karten einfach mal aus den Höhen raus. Dann haben wir jetzt hier Vektorpendel, ne, Lektorpendel, Drachoberherr. Zweimal. Also den Rest lege ich erstmal hier hin. Also Heldenkarten, OP-Karten mit Jerry Dodis. Tricks am Live-Bühne. Oh, oh, nice. Schön. Und dann Törechte Begräbnisbeigaben. Ich dachte, das ist Ultron. Dann äußeres Wesen, Azator, dreimal ist Banker. Ich sammlei verbotene Karten. Verbündeter der Gerechtigkeit, Umlauf-Leser. OP-Karte. Schicksal-Z-Double-Dude, der alte Dude. Legendary-Night-Hermost-In-Secret-Ware. Wunderschön. So haben wir einen blauen, weißen Drachen aus der Tin. Exodia, die legendäre Verteidigerin. Elemental Neos, yeah. Ich mag den, der kommt einfach raus. Neopetraum-Marine-Dolphin. Dann haben wir Gefahr-Einsatz-Zinn aus Soul-Fusion. Und magische Schmerzen. Habe ich jetzt nicht schon drei eigentlich hier? Entweder hatte ich schon drei oder vier, zwei hatte ich auf jeden Fall. Elektromagnetische Schildkröte aus den U-B-Stitch-Nory-Dex. Die Herrin der Wichte und Tiefseetaucher. OP-Karten hier wieder. Schön. Umklärung von Neos und Elemental Neos Knight. Das finde ich auch cool. Den hatte ich noch nicht. Der war ja in den Augenblick. Von Beyond the Time ist der Film, glaube ich, mit Yogi, Jane und Yosei gegen Paradox. Da wurde der ja beschworen. Dann hier Cyber-Notfall. Geil. Geil. Endlich. Mind-Place-It. Danke euch beiden. Also Kylo Ren. Von denen hatte ich mir hier zwei reingeholt schon. Und jetzt von Miro-Ghost den dritten. Ja. Der kommt extra. Dann Albturm, dann mehr im Form. Och, ich dachte, du bist schwer, aber Prismic Secret Pool. Und dann Schwerkraft, Erdrutsch und Bahamutai. Zwei OP-Karten hier wieder. Ich dachte eigentlich, da sind die sind auch mehrmals dabei. Überfall-Raptor. Weißer Kauz. So, jetzt nehmen wir hier raus. Einfach mal. Das klebt. Anscheinend nicht so gut. Ich glaube, ich kann die noch weiter verwenden. So, machen wir mal weiter. Bösser Drache. Anananta Fingerpick. Okay. Ich habe das irgendwie so gut. Da hinter. Der Metall-Phoenix in Forza Cool. Jetzt habe ich zwei Stück von dem. Nice. Hier kommt es fielen. Hier kommt es dein. Ein Bruch des Lebens. Habe ich einfach mal genommen. Und letzter Krieger eines anderen Planeten. Die kann man ja mit... Och Gott. Den Drachen wecken, glaube ich. Das war die Trap. Noch. Habe ich noch nicht. Deswegen cool. Wolkenkratzer. Und... Elemental Knospen. Yeah. Booshingki.. Ashhashima. Bohoizinga Hashima. Kampf Shogun der 6 Samurai, Trixxer Lichtbühne, oh wie nice wie Call of the Duel ist cool, Bussolo, Rosalmander, Wunderlings, Band und Brian, der heißt Barriere, ja, ja wie schon dreimal, aber einfach nicht, es wird die Ordnung, Top-Tit-Trickheit, hey, yeah, Astral-Pack ist der AP, das steht für Astral-Pack, deswegen, cool, den nehme ich in die Sammlung und dann haben wir ja noch elementar aufrichtiger Neos, schön, mit schönem Video, das wohl nochmal, hier, oh Gott, spiele ich den oder kommt der in die Sammlung, weil in der Sammlung sind halt AP-Karten, 3-Pack-Karten und Champion-Pack-Karten, und Tournament-Pack-Karten, ja, ich freue mich über die Pille, bei der Evolutionspille, zweimal, ich habe jetzt ein Playset, aber es ist echt schade, ich dachte eigentlich, vor allem bei den OP-Karten, dass sie mehrmals drin sind, auch mehrmals hatte, deswegen, das wundert mich halt, Eieieieiei, ich glaube, ich hole die Packs einfach mal an der Hauskarte, und das macht ihr so, Aha, hier guckt meine Videos, ich habe euch ertappt, Eieieiei, können wir jetzt mal die letzten da rausholen, Danke! So, Nummer 39, Utopia, nice, meine Lieblingskarte, Moment, Jetzt sieht man halt, machen wir weiter, Da haben wir Schicksals-Held, Dogma, Superwehr, Power of the Duelist, schön, ich habe den noch gar nicht aus, Nice, haben wir hier noch, Angriff, So machen wir weiter, Synchro Jagd, hey, ich habe jetzt vier Stück, und Ultima erzeugen, okay, so kommen, ich glaube, ja, Machen wir weiter, Trishula Drache, der ist bei ihr, ich hatte eigentlich gehofft, ja, dass er ein Necroft von Trishula hat, aber es war nur der normale, aber hey, auch nicht, du pflegst auch in selben Ordner, Die Höhen Lord Omega, yeah, ich habe endlich einen, ich habe noch gar keinen, Paladin of Dark Dragon, das ist ja das Ritualmonster, also der Paladin des schwarzen Traums für den Red Ice, Ich habe ja den weißen Traum für den Blue Ice, das der für den Red Ice, habe ich einfach mal genommen, dann, Wolkenkarte 2, Hellen Shard, yeah, du ist weg, das ist super rare, cool, und Zukunftsfusion, hey, ist auch, ja, Hellenkarte ist eigentlich immer, Elemental White Wingman, hello, und dahinten da, Meeresarchiver, ich dachte eigentlich, du bist eine OP-Karte, aber, ja, halt nicht, Spiral Mission Rettung, du bist eine OP-Karte, auf jeden Fall, Dann, Dienerin von den Dämonen, Ankel, Schwarzflügel, Valkyrie, der Regenschauer, Nummer 5, glaube ich, Dann, hier, die Herren der Wichte nochmal, P, und dahinter, ABC, Drachenwasser, ja, OP, Goyo Verteidiger, auch außen OP, Und dahinter haben wir, Lieblingssaid, Legendary Dueless Holo, dann haben wir noch Finsterrevision, Mode 6DS, drachen, dahinter ist nix, Und letztes Pack, da haben wir Legendary Knight Kretias, noch einer von denen ist Secret, zählt eigentlich nur noch Hermos, und die letzte Karte für heute ist, nochmal ein Ultima-Jahrzeugin, Ja, ich glaube, der wusste nicht, dass hier auch so ein Star-Ipack ist, der Topf der Träger, Das sind hier die OP-Karten, sage ich jetzt mal, meine Star-Ipack-Karte hier, der Topf, Schön, Sammlung, freut sich, Richtig, dann die paar hellen Karten, die zwei sind richtig cool, Bus-Holo ist das auch cool, der auch, Dann der Haufen, da haben wir Rebellionsdrache, Kretias, Sammlung, einfach so, so, einfach so, ne, die drei Sammlung, zum Spielen, Staple-Ordner, Dinos, Band, Staple, Bus-Holo, Deck, keine Ahnung, keine Ahnung, Spielbar, Holo, weiß noch nicht, Band, weiß noch nicht, Spielen, Bus-Holo, Sammlung, 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 Band, Staple-Ordner, Bus-Holo, Sammlung, weiß noch nicht, Spielbar, ja, nicht schön. Du, des Holos haben wir ja, welche Lieblings-Sales, Synchro, ja, auch richtiger Neos, Joel, und dich hier, ja, schön. Und die Highlights, haben wir einmal, Inventar, ja, Nummer 39, Utopia, meine Lieblings-Karte, und Cyber-Not, weil ich habe endlich ein Play-Set, ja, ich hoffe, soweit das Opening hat euch gefallen, bis dahin, haut rein, schönen Tag noch, und, ciao. und, und, würm landst케ish, und, Vielen Dank.